Hallo, Joshua und ich waren heute in einer Schokoladenfabrik. Als allererstes haben wir den Schokoladenbrunnen mit 100% Schokolade probiert und das war so bitter. Wir haben extrem viele verstörende Bilder gesehen, aber man kann dort so viel Schokolade essen und trinken, wie man will. Es gibt dort sehr viele verschiedene Sorten und ich habe Chili probiert. Kommentiert einmal, ob ihr das auch probieren würdet. Danach war die Tour fertig und wir sind in den essbaren Tiergarten gegangen. Dort kann man die Tiere anschauen, die man dort auch essen kann und wir haben auf jeden Fall nichts außer Schokolade gegessen. Wir haben auch einen Friedhof für alle ihre Schokoladensorten, die es nicht ins Sortiment geschafft haben. Wir haben sehr viele Tiere gesehen und es war mega heiß heute. Hier wäre Joshua fast hingefallen, weil es so steil war und ich habe ihn ausgelacht, bis ich danach wirklich hingefallen bin. Kommentiert, was ihr als nächstes sehen wollt und ob ich mehr deutsche Videos machen soll. Bis bald!